So, Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Die Siedler. Wir versuchen, die hier zurückzugewinnen. Oder was ist das? Zurückzugewinnen? Zu stehlen. Zwei Holzdinger hier. Ohne zu sterben. Ja, top. Da drüben läuft ein Armee-Fuzzi. So, komm und zurück. So, da läuft es jetzt aber schon hier rechts rum. Ah, hier steht jetzt schon drei. Hä? Da haben wir jetzt eins geschenkt bekommen. Ich sag bloß, hier drüben geht's... Wird's ja dann endlich auch losgehen. So, so wie es ausschaut, hat's der zurückgeschafft. Top. Unser Held. Machen die anderen so? Achso. Dürfte übrigens bleiben lassen. Was ist jetzt sein Ziel? Versucht er da jetzt die anderen auch noch zu holen? Wenn er es schaffen wird, wäre er der King. Problem ist, dass nämlich das Fall, das jetzt hierher geliefert wird. Oder? Dann werden wir es nochmal probieren. Hm? Enemy in sight. Hm? Our army is under attack. So, flieht mal vor denen. Scheiße. So, haben wir ein Problem. Okay, den hat er mal gesehen. Da waren Ambos-Schütze. Na, dann bleibt uns nur der Weg über. Könntet ihr das hier bitte fertig bauen? Wenn es einen Job gibt, kann ich es fertig machen. Weil das ist schön und gut, dass wir jetzt Waffen haben. Aber wir können nicht mal den bauen, der nicht mal ein Ausbildungszentrum bauen. Geht mal hier hin. Ich will wissen, was ich da kriege. Vielleicht kann ich da... ...was holen. Beziehungsweise, da muss ja eigentlich nur einer hin. Die anderen dürfen zurückbleiben und die Hämmer holen, wenn es ist. Hm. Und sag, auch nur 30 davon. Trink mir nichts. Ich bräuchte irgendwo Holz. Ah, vielleicht verlieren wir jetzt doch noch. So, ich könnte hier natürlich den machen, ich schlaumeier. Jetzt vielleicht schon zu spät. Ja. Wenn sie das kaputt haben, haben wir verloren. Weil hier drüben nichts passiert. Achso, wahrscheinlich weil ich die zurück halte, oder? Ja, die machen uns jetzt kaputt. Hm. Und jetzt mal jemand Holz hin. Ich sehe nur leere Karren. Mein Geld bringt halt auch nichts. Ich sehe da aber weiterhin keinen mit Holz in die Richtung gehen. Ich weiß, aber... Tell me what to do. Jetzt bringt da jemand Holz hin. Oh, ich habe es selber falsch gemacht. Ist nur die Frage, ob das... Ob ich das so schnell nochmal hinkriege. Ich kann fast alles bauen. Ich glaube ja nicht. Na, solange wir die da brauchen... Weiß man es ja nicht. Oh, da tragen sie endlich die drei Holze aus. Oh, da tragen sie endlich die drei Holze aus. Hier auch noch eins. Hier auch noch eins. Auch wenn es gefährlich ist. Weil wenn sie hier alles kaputt haben. Kommen sie. Wir werden jetzt gleich erstmal dicke Ladung Fisch bekommen. Ich weiß, ihr macht mir da oben alles kaputt. Ihr... Blutbeutel. Und ihr hackt hoffentlich so schnell und fleißig Holz, wie ihr nur könnt. Und dann wollen wir eine Ausbildungszentrale bauen. Als nächstes. Ähm... Trainingsding. Ja. Ja. Wird knapp. Wird knapp. Ob die bis dahin nicht schon hier sind. Ich glaube es fast schon. Hm. War für alles das blöde Holz. Ich kann fast alles bauen. Unsere Armee ist unter Attack. Unsere Armee ist unter Attack. Ja. Die laufen jetzt hier schon fleißig. Und bringen Holz in die Sägemühle. Hoffentlich. Ich어지 dich. Oh. Jetzt kein Holz haben so ein Problem sein kann. Die Frage ist, ob der hier überhaupt fertig wird, bis die da hin kommen zum Angreifen. Ich bade an das Ausbildungslager auch hier oben. Also da muss ich hier irgendwo hin, weil sie da als letztes hinkommen. So, da bringt jemand die Loks hier. Sägemühle, die muss halt auch noch ein bisschen herhalten. Unsere Sägemühle ist auch so ein Problem. So bringen die Fische. Übrigens kannst du auch mal was anderes herstellen. Muss ja nicht immer nur Bögen sein. Wie viel brauchen wir für das Militärcamp? Vier. Die sollte der gleich fertig haben. Eigentlich. Naja, weil die machen sie als nächstes kaputt. Und du musst nur schaffen. Vier so Dinger. Fünf. Ähm, ähm, ähm. Hier, Militär. Trainingscamp. Bitte. Bauen. Aber zackig. Kommt er mich. Ich sag's euch. Ich glaub, wir können den Kopf aus der Schlinge nochmal rausziehen. Das wird ein bisschen dauern. Aber es werden gerade Leute arbeitslos. Das Problem ist, dass das Holz bestimmt hier drin liegt, oder? Oder ist das egal? Bitte bauen. Bitte bauen. Bitte bauen. Jetzt fehlen euch die vier Holz. Wer hat die? Irgendjemand müsste jetzt ein Held sein. Und die vier Holz von hier darüber bringen, bitte. Also wer ist dann der King, weißt du? Aus meinem eigenen Schutt darf ich nichts holen. Oder? Das hört fast so aus. Schaut nicht so aus, als ob da irgendjemand Holz dabei hätte. Klingt das schon nachschub? Nö, noch nicht. Hm. Ich hätte gehofft eigentlich, dass wir das nochmal hinkriegen, aber es schaut so aus. Als ob die wieder abhauen? Wollt ihr nicht gewinnen? Hier, legen die Holzdinger rum. Dann macht mal. Okay, dann haben wir noch eine Chance. Soweit, zu gut. Ah, ne, ihr baut ja da gerade. Sind das hier alle Ingenieurs? Sind so viele gestorben. So, die retten hier das ganze Gold und Zeug. Schleißig. Ihr seid der Stolz dieser Siedlung. Gleich euch. Hier bringen sie endlich die Holzplanken her. Das Problem ist, wir können nie wieder eine Saumel bauen. Die haben sie uns kaputt gemacht. Also, wir plündern wieder. Und mit unseren Einheiten schaffen wir das. Vielleicht 29 Schwerträger, 7 Bogenschützen. Wird eng. Aber könnte, könnte hinhauen. Holz kriegen wir jetzt zwar, ja. Aber wir schaffen es nie mehr. Die herzuschneiden, weil wir dafür auch Holzbretter bräuchten. Ja, unser Glück war jetzt auf jeden Fall schon mal, dass die einfach abgebrochen haben. So, die Construction Site ist jetzt dann quasi fertig. Und ihr werdet wahrscheinlich gleich mal ein Plünderteam. Unsere Armee ist unter Attack. So, ich brauche nämlich gleich hier links. Oh ja, wobei der Turm irgendwie besser dagegen hält, kann es sein. So, meldet euch mal alle freiwillig für den Krieg, bitte. Dann kann ich keine Häuser mehr bauen, tut mir leid. Hier gibt es eure einzige Möglichkeit, wie ihr hier wieder rauskommt. Unsere Schwertkämpfer, die wir da ausfüllen. Wird auch lustig, was da so die Animationen sind. Wir lassen euch ab, okay. Kämpfen sie alle. Wir lernen was. Hier oben fleißig noch Sachen einsammeln. Wir sind vorbereitet. Wir sind vorbereitet. Du, mein Sohn Brutfuß. Hier ist die Bogenanimation. Was machen sie da? Hier ist die Bogenanimation. Hier ist die Bogenanimation. Das ist ganz schön, wenn wenigstens ein paar Ressourcen wieder bekommen wird. Wenn ich die abreißen, finde ich vielleicht noch ganz nett. Aber mei, so ist halt ein bisschen schwieriger. Auch okay. Diese Militärgebäude brauchen wahrscheinlich alle irgendwo. Holz. So, ich glaube, wir brauchen euch doch da drüben schon mal im Einsatz. Und er schafft das diesmal nicht. Nö. Glück laufen. Machen sie mir hier die nächsten Minen kaputt. Und meine Schwerträger. Und meine Schwerträger. Meine Schwerträger ist untertämpft. Wir sind untertämpft. Wir sind untertämpft. Dann wollen wir hier drüben unseren Plünderzug machen. Das ist das einzige, was wir gerade machen können. Hilft nix. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal schaffen. Zum Fahrholzbretzern. Dann brauchen wir doch endlich mal einen Hafen. Weil ich wieder gesagt habe, den brauchen wir nicht. Das sind so unsere zehn freiwilligen Spione. Den rücken wir jetzt nämlich so weit vor, bis wir irgendwas hier kaputt machen können. In der Hoffnung, dass wir dann Holz finden. Und die gehen hinterher. Weil wenn die jetzt alle drauf gehen. Habe ich sowieso ganz andere Probleme. Hier am Berg weiß ich halt gar nicht immer, was die machen. So, schauen wir mal an. So, macht mal hier die Häuser kaputt. All Hispanic. L concept? Und die. Wir schauen. Also, hier. Und aus裝ثts. Und saubern. So, hier liegt jetzt nämlich schon ein bisschen Holz rum. So, hier geht's. 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 So, hier geht's.